Sie dachte, sie sei jemand, weil sie für eine reiche Familie arbeitete. Mann, das Leben kann so ungerecht sein. Ich bin übrigens Averill und ich putze Toiletten für Geld. Glaub mir, wenn ich sage, dass dies nicht das Leben ist, das ich mir für mich vorgestellt habe. Aber was kann man tun, wenn die eigene Familie battlearm ist und es sich nicht leisten kann, dass man die Highschool beendet? Dies war der einzige Job, den ich bekommen konnte, ohne etwas zu tun, das mich in Schwierigkeiten bringen oder meine Familie beeinträchtigen würde. Und doch hat Marissa diesen tollen Job bekommen und jetzt will sie nicht einmal meine Existenz anerkennen. Wir waren einmal die besten Freundinnen. Sie kommt auch aus einer armen Familie, aber es ist nicht so, dass sie das anerkennen würde. Sie spricht nicht einmal mehr mit ihrer Familie, weil sie sich so sehr für sie schämt. Als sie das erste Mal in das Café kam, in dem ich arbeite, versuchte ich mich zu verstecken, aber sie sah mich und grinste mich an. Ich wollte mich verkriechen und sterben und dann begann sie jeden Tag zu kommen. Gegen 9.30 Uhr marschierte sie mit den beiden Kindern, auf die sie aufpasste, hinein und bestellte einen ganzen Haufen Sachen. Und dann sagte sie mit lauter falscher Stimme Dinge wie, Oh, ihr kleinen Lieblinge, seid ihr aufgeregt wegen Paris an diesem Wochenende? Ich bin es jedenfalls. Nachdem sie gegangen waren, träumte ich davon, wie es sein musste, das Leben eines reichen Menschen zu leben. Und dann kam die Krönung, als ich hörte, wie Marissa zu den Kindern sagte, Schande, seht ihr das Mädchen dort? Achte darauf, dass sie in der Schule gut lernt, sonst putzt ihr am Ende auch noch Toiletten wie sie. Und dann lachte sie und ich schwöre, ich wollte ihr ins Gesicht schlagen. Also tat ich das nächstbeste. Ich spuckte ihr in den Kaffee und dann dachte ich mir einen Plan aus. Ich begann sie jedes Mal genau zu beobachten, wenn sie hereinkam und lernte ihre kleine Routine kennen. Jeden Morgen nach dem Kaffee ging sie ins Badezimmer. Es war immer genau um 10 Uhr morgens und dann erinnerte ich mich daran, dass sie Diabetikerin ist und die Insulin nehmen musste. Eines Morgens um 9.50 Uhr, nachdem sie ihren Kaffee bestellt hatte, rannte ich ins Badezimmer und polierte den Boden, damit er rutschig wurde. Zu meinem absoluten Entsetzen stand der kleine Junge auf und sagte, er müsse auf die Toilette gehen. Nein! Sie gingen in Richtung Toilette und ich geriet in helle Panik und da fing Marissas Telefon zum Glück anzuklingeln und sie rannte los, um es zu holen. Und der kleine Junge rief, dass er stattdessen alleine in das Männerklo gehen würde. Ich war so erleichtert, dass ich sogar einen richtigen Seufzer ausstieß. Ich sah zu, wie die Uhr auf 10 rückte und dann holte Marissa wie ein Uhrwerk ehe Insulin aus ihrer Tasche und ging ins Badezimmer. Jackpot! Sofort dann tönte ein lautes Poltern und ich wäre vor Freude fast gehüpft. Hoffentlich hat sie sich ihre Beine gebrochen und konnte dann nicht mehr arbeiten. Ich wollte ihr selbstgefälliges Gesicht in diesem Café nie wieder sehen. Aber sie hat sich nicht die Beine gebrochen. Es war viel schlimmer als das. Ich rannte hinein und sie lag flach auf dem Rücken, vollkommen bewusstlos. Oh Gott! Was, wenn ich sie getötet habe? Die Kinder fingen zu schreien und baten mich, ihre Mutter anzurufen. Und dann gab mir der Junge sein Telefon. Meine Güte! Die Kinder hatten sogar ihr eigenes Telefon. Ich rief sie an und bat sie, schnell herzukommen. Und dann rief ich einen Krankenwagen für Marissa. Es war sonst niemand im Café. Sogar mein Manager war unterwegs, um Besorgung zu machen. Also rannte ich schnell zu Marissas Tasche und ließ dort etwas hineinfallen. Als die Mutter kam, konnte ich es nicht glauben. Sie sah aus wie ein Supermodel. Sie dankte mir, dass ich sie angerufen hatte und fragte, ob ich Marissas Mutter anrufen könne, um ihr mitzuteilen, was passiert war. Noch bevor ich antworten konnte, fing sie an, Marissas Tasche zu durchwühlen. Und da fand sie sie. Eine Tüte Erdnüsse. Die Kinder waren allergisch gegen Erdnüsse. Und zwar schwer allergisch. Also hatte ich als Teil meines Plans eine Packung dort hineingesteckt. Die Mutter war entsetzt und fragte die Kinder, ob es ihnen gut ginge. Dann fragte ich, was los sei und sagte, dass Marissa immer Erdnüsse hatte und jeden Tag Mandelmilch in ihrem Cappuccino trank. Die Mutter keuchte und umarmte ihre Kinder fest. Schließlich kam der Krankenwagen und die Sanitäter waren schockiert. Sie sagten, sie wüssten nicht, wann sie wieder zu Bewusstsein käme. Und so wandte ich mich an die Mutter und sagte, hey, ich kann in der Zwischenzeit auf die Kinder aufpassen, wenn sie wollen. Nur bis Marissa wieder auf den Beinen ist. Und du wirst es nicht glauben. Die Mutter sah mich an und sagte, dieses Mädchen kommt nie wieder in die Nähe meiner Kinder. Sie hätte sie mit diesen Erdnüssen töten können. Okay, wann können sie anfangen? Dann fragte sie mich, ob ich Erfahrung mit Kindern hätte und ich zeigte ihr meine Bewerbungsmappe. Ich hatte eine ganze Reihe von Fotos ausgedruckt, die ich von mir und einer falschen Familie, die ich erfunden hatte, mit Photoshop bearbeitet hatte. Sie schien beeindruckt, aber dann sah sie plötzlich verwirrt aus. Und warum arbeiten sie in diesem Café, wenn sie doch so viel Erfahrung haben? fragte sie. Ich sagte ihr, das Café gehöre meiner Familie und da entspannte sie sich ein wenig. Gott sei Dank bot sie mir den Job an, denn als mein Manager zurückkam, feuerte er mich auf der Stelle und sagte, er könne meinetwegen verklagt werden. Aber ich sagte ihm, dass ich sowieso kurz davor war zu kündigen und sagte, bis später, Loser, als ich abhaute. Ich war im Begriff, ein neues Leben zu beginnen und ich konnte es kaum erwarten. Ich fing gleich am nächsten Tag an und in der Minute, in der ich mich dem Haus näherte, dachte ich, ich würde träumen. Es war riesig. Die Kinder schienen tatsächlich aufgeregt zu sein, mich zu sehen. Und dieser erste Tag lief gut. Ich musste es vortäuschen, bis ich es schaffte, aber es schien zu funktionieren. Wir hingen den ganzen Tag an ihrem Pool herum und ich brachte ihnen etwas Schwimmen bei und ihre Mutter war so beeindruckt, als sie davon erfuhr. Die ersten paar Wochen vergingen wie im Flug und ich hörte, dass Marissa noch immer nicht bei Bewusstsein war. Eines Tages fragte mich die Mutter, ob ich sie auf einen Wochenendausflug nach Paris begleiten könne. Zum Glück hatte ich meinen Reisepass beantragt, sobald ich anfing, für sie zu arbeiten, denn ich hatte auf diesen magischen Moment gewartet. Also beschloss ich, ein falsches Social-Media-Konto einzurichten. Das musste ich dokumentieren. Ich würde nach Paris reisen, um Himmels Willen. Danach sorgte ich dafür, dass ich viel Parfum auftrug. Am Ende der Reise hatte ich etwa 1000 Follower auf Social Media. Ich fehlt hatte die Kinder immer heraus, als ich nicht wollte, dass die Familie herausfand, dass ich vorgab, reich zu sein. Und dann fühlte ich mich, als hätte ich in der Lotterie gewonnen. Als wir von der Reise zurückkamen, fragte mich die Mutter, ob ich bei ihnen einziehen wolle. Ich habe sie fast umarmt. Ich fragte, wie man damit einverstanden wäre und sie sagte, oh, er arbeitet immer, also würde er es nicht einmal merken. Stimmt, dachte ich. Ich hatte ihn noch nie getroffen. Jedenfalls nahm ich drei Koffer mit, als ich einzog. Zwei waren gefüllt mit alten Zeitungen und Sachen, die ich auf der Straße gefunden hatte. Ich wollte nicht, dass sie dachte, ich hätte nur einen Koffer mit Sachen. Und mein Zimmer war fantastisch. Ich hatte eine Aussicht auf die ganze Stadt und meinen eigenen Balkon. In der ersten Nacht lag ich da und zwickte mich. Wie konnte das alles echt sein? Am nächsten Tag bemerkte ich, dass ich meine Followerschaft fast verdreifacht hatte und ich hatte eine Nachricht von einem Typen, der mich fragte, ob ich Single sei. Mein Herz fing an zu klopfen und ich tat etwas Verrücktes. Ich sagte ihm, dass ich an diesem Abend eine Hausparty veranstalten würde und ob er kommen und ein paar Freunde mitbringen wolle. Die Mutter und die Kinder wollten ihre Oma besuchen und sie hat mich gebeten, auf das Haus aufzupassen. Natürlich sagte ich ja und sobald sie weg waren, habe ich allen, die ich kannte, einschließlich alle meiner Follower, eine Nachricht geschickt und lud sie zu meiner Party ein. Ich fing an im Arbeitszimmer des Vaters herumzuschnüffeln und merkte, dass er in irgendein illegales Geschäft verwickelt war. Interessant, dachte ich. Oh, und mein Gott, die Party war episch. Es müssen mindestens 100 Leute dort gewesen sein. Und ich trug sogar die Kleider der Mutter, um schick auszusehen. Der Typ, der mich fragte, ob ich Single sei, kam und er war so heiß. Gegen Mitternacht bat ich alle zu gehen, falls die Polizei käme und alle hörten auf mich. Niemand hatte mir jemals zuvor zugehört. Ich bat den Typen zurückzubleiben und wir fingen an, auf dem Sofa rumzumachen. Ich fühlte mich wie eine echte Königin. Plötzlich aber hörten wir Stimmen. Ich dachte, vielleicht hätte jemand etwas vergessen, aber dann merkte ich, dass es eine bekannte Stimme war. Es war Marissa. Was hatte sie hier zu suchen? Ich zog mich schnell wieder an und ich und der Typ tauchten hinter dem Sofa unter. Marissa war nicht alleine. Sie war mit einem Mann zusammen. Siehst du, ich hab dir gesagt, dass etwas los ist. Das Mädchen, das deine Frau angeheult hat, ist eine Betrügerin. Und schau, was sie mit deinem Haus gemacht hat. Ruf lieber die Polizei. Oh je, sie war mit dem Vater hier. Aber warum war sie mit dem Vater hier? Und dann hörte ich etwas Ekelhaftes. Die beiden küßten sich. Aber ich war nicht überrascht. Ich hatte sie schon Schlimmeres tun sehen. Und ich hab sie gefilmt. Aber das Video nie jemandem gezeigt. Stopp, wir können das nicht mehr tun. Was, wenn meine Frau es herausfindet? Sagte der Vater. Und dann, du wirst es nicht glauben, kamen die Mutter und die Kinder. Ich war offiziell gefangen. Ich stand direkt in der Tür und die Kinder sahen mich sofort. Die Mutter fing an, ihren Mann und Marissa anzuschreien. Sie waren auf frischer Tat ertappt worden. Aber ich auch. Ich stand auf und der Typ, mit dem ich zusammen war, rannte zur Tür hinaus. Da fing Marissa an, mich anzuschreien und sagte, ich hätte ihr einen Hirnschaden zugefügt. Und da schrie die Mutter Marissa an und der kleine Junge sagte, Oh, ich hab schon oft gesehen, wie Papa Marissa geküsst hat, Mami. Ich dachte, ich würde wegen der Party Ärger bekommen und dass sie sogar die Polizei rufen würden. Marissa schrie, dass ich eine Betrügerin sei und spielte sogar ein Video von mir ab, das sie aus dem Café bekommen hatte, auf dem zu sehen war, wie ich absichtlich die Erdnüsse gepflanzt und ihren Unfall verursacht hab. Aber der Mutter war das egal. Dann gelang es ihrem Mann, sie davon zu überzeugen, dass zwischen ihm und Marissa nichts passiert ist und er fing an, mir die Schuld an diesem Schlamassel zu geben. Aber gerade als er im Begriff war, mich zu feuern und die Polizei zu rufen, damit sie kommt und mich verhaftet, sagte ich ihm, dass ich nebenan einen Moment mit ihm sprechen müsste. Als wir in einem separaten Raum gingen, versuchte ich, ihn zu verführen. Aber er ließ sich nicht darauf ein und fing an, mich anzuschreien. Also zog ich mein Telefon heraus und zeigte ihm das Video, das ich von ihm und Marissa hatte. Er schwitzte, als er auf meinen Bildschirm schaute. Woher hast du dieses Video? fragte er. Jetzt hatte ich die Kontrolle. Ich sagte ihm, dass ich seiner Frau keinen Zweifel daran lassen würde, dass er sie betrügt, wenn er versucht, mich irgendwie anzurühren oder die Polizei zu rufen. Er flehte mich an, es nicht zu tun. Aber dann sagte ich ihm, für eine Million Dollar werde ich es nicht tun. Er sagte schnell ja, also sagte ich, weißt du was, lass uns zehn Millionen draus machen. Er fragte mich, ob ich verrückt sei und ich tat so, als würde ich die Nachricht abschicken. Ihm wurde klar, dass er nicht Nein sagen konnte. Und ich verließ das Haus, ohne für das, was ich getan hatte, bestraft zu werden und wusste, dass morgen zehn Millionen Dollar auf meinem Bankkonto liegen werden. Ich schätze meine Botschaft aus dieser Geschichte wäre, dass man niemandem trauen sollte. Nur weil sie unschuldig aussehen oder sich unschuldig anhören, heißt das nicht, dass sie keine dunkle Seite haben. Vielen Dank.